Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zum LS22, hier auf dem Nordfriesischen Marsch. So, ich habe jetzt festgestellt, das funktioniert mit dem Silageball nicht. Das wird so nüchst. Ich muss das mal hier ändern. Ich glaube, da muss die hier rum, ne? Hallo, bremst du auch? Wir schauen jetzt einfach mal, wie ihr hier fahren müsst. Ja, danke. Letzter. Ja, ja, das dachte ich mir schon fast. Genau, jetzt soll das erst mal wieder gehen. Ja. Er macht genau die gleiche Schose. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Oh. Mal sehen, wie lange. Der hat noch zu tun. Der steht hier rum. Der muss warzen. Obwohl, das könnten wir eigentlich schon mal anfangen. Ich werde das nämlich doch selber machen, weil es bringt nichts. Es bringt nichts. So. Es wird langsam hell. Sehr schön. Hat er ja schön zusammengeschoben, die Ballen. Ah, da kommen sie. Muss ich bloß aufpassen, der Aste, der geht nicht. Aber der geht. Er wird blockiert. Warte mal. Was zieht du jetzt denn? Hallo? Hier geht's weiter. Oh, mein Freund. Ähm. Warte mal. Ach so, das geht ja jetzt nicht mehr. Äh, hallo? Stopp. Nein. Hier lang. Nochmal ein Stück vor. Also, rutsch rein jetzt. Danke. Überleg, welche Tastik drücken muss. Ahem. Ahem. So. Naja, gut. Wird blockiert. Ja, es geht gleich weiter. Jetzt lassen wir das mal wenigstens ein paar Ballen hier machen. Das ist natürlich sehr doof, ne? Das ist natürlich sehr doof, ne? Dass das hier alles nicht so richtig funktioniert. Ja, gut. Das war's. Das war's. Da kann ich einer in der Hecke. War das hier? Nee, hier war das. Doch, hier war das. Oh! Schmeiß den jetzt mal hier ab. Ich dürfte da ja erstmal nicht mehr stören. Warte, hier. Ich muss hier abschmeißen, weil ich muss hier lang. Gut, da steht mit dem Weg. Schöpfen röppel. Na genau. Na schön. Na, nehmt. Huch. Huch. Ah ja. Ja. Dreh mal weiter. So. Mach zwar die Gerätschaften kaputt, aber nö. Zum Glück ist das ein Computerspiel. Sehr schön. Ein paar Komplikationen, aber es wird schon... Es wird schon... ... 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 Will ich das wissen, was der da macht? Frösch im Hals! Hier ist einer, wo ist der nächste? Wird blockiert. Ja ja, es geht gleich weiter. Na ja, gucken wir mal, was haben wir dennne, der Herr? Dann fangen wir doch hier an. Gucke. Das kommt runter, das geht hoch. Ja, du musst hier weitermachen. Moment. Es kann gleich weitergehen. Okay. Okay. So. Gut. Gut. Dann kann ich jetzt weiter silieren, also wickeln. Gut. Okay. Okay. Oh, sehr schön. Ja, wird es das gleiche Problem haben. Ach, Mensch. Diese Ballenscheiße. Ja, wird es das gleiche Problem. 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 Es wird, es wird, es wird. Ach so, das war einer. Na ja, gut. Gut, ich nehme jetzt den mit. So, da haben wir hier erst mal alle. Wo war der, wo war der, wo war der jetzt? Wo war der jetzt? Ach, ach, genau. Ach, ach, ich wollte den runterschieben. Na ja, ist ja unten. wird blockiert ja ja es geht gleich los muss daran denken dass ich das einstelle dass das so spät wie möglich die dinge alle hoch macht und so zeitig wie möglich runter macht ist nämlich ganz schön nervig so aber den rest den machen wir nächste woche würde ich sagen haben schon ganz schöne stücke geschafft ich meine die hälfte des feldes oder das eine stückchen vom feld ist komplett fertig ja genau würde ich sagen machen wir am montag weiter und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen tag und ich freue mich auf die nächste folge vom ls 22 auf der nordfriesischen marsch bis dahin ciao